Wer darauf gehofft hat, dass es nach dem Wochenende endlich mal wieder positiv weitergeht, dass die recht gute Stimmung der letzten zwei, drei Tage vor dem Wochenende, das ist das hier, dass das weitergeht, der ist dann doch ein bisschen enttäuscht worden. Ich wechsle mal auf die Kerzen an sich, dann sieht man, uiuiui, ganz schön rot ist das Ganze aktuell hier in der Abwärtsseite. Noch deutlicher wird es hier im Fünf-Minuten-Chart, da sieht man, dass der Markt nicht nur irgendwie runtergekommen ist, sondern doch sehr deutlich, sehr straight, also überhaupt nicht korrektiv. Korrektiv hätte so sein können, korrektiv hätte auch irgendwie sowas sein können. All das ist aber nicht passiert, das heißt, die Bewegung sieht nicht nach Korrektur aus. Korrektur wäre abwärts völlig in Ordnung, eine Gegenbewegung, sprich anschließend weiter nach oben, aber Vorsicht, 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 gar nicht erst in diese Versuchung führen. Aktuell ist das die starke Bewegungsrichtung, umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn es jetzt eher korrektiv nach oben geht, sind das Zeichen für neue Einstiege dann nochmal auf der Short-Seite. Naja, es bleibt wohl offensichtlich vorläufig bei dem Bild 15400-X, also noch ein bisschen tiefer ist er auch völlig in Ordnung. Das scheint sich also nicht wirklich geändert zu haben, also ich blende es nochmal ein hier im Großen, irgendwie so in dem Bereich oder spätestens dann hier in diesem Konglomerat von Unterstützungsmarken 15200-X 100. Da ist dann spätestens so die Reißleine, wenn er das durchstößt, dann, naja, wir haben drüber gesprochen hinlänglich, dann werden Schnellniveaus auch tieferer Natur nochmal klassisch, also dann wird es möglicherweise realistisch nochmal Richtung 14400, vielleicht auch 14.000, dass wir ein bisschen das unterschreiten oder sogar noch tiefer gehen. Also nicht beste Voraussetzung. Blick auf den Future, das ist ziemlich ähnlich. Da hatte man noch so ein bisschen den Luxus, dass wir zumindestens über den Nachthandel hier eine Korrektur hatten. Dies war sehr klein ausgefallen, wer das als Anlass genommen hat, hat hier offensichtlich die richtige Richtung erst nochmal richtig aufgefasst. Aber ansonsten ist die Ableitung hier raus relativ ähnlich. Vielleicht für die Future-Anhänger oder für die, die irgendwelche CFDs auf Future-Basis dann eben hinterher kaufen, vielleicht ein Gedankengang, wenn wir jetzt hier die erste Pause hatten, hier wieder eine starke Bewegung, vielleicht noch eine Pause hier, sowas, dann hätten wir sogar einen Fünffäller. Überschneidungsfrei, wobei die Korrekturen eben sich nicht überschneiden. Das ist jetzt eine Annahme, das Blaue ist in der Zukunft, das weiß ich auch noch nicht, ob das so aussieht. Wenn es aber so aussieht und wir dann Korrekturen hier wieder bekommen, ja, dann sind das tolle Einstiegsmöglichkeiten eben auf die von mir genannten Levels dann nochmal 15.400, also nochmal unter das Tief vom Mitte September, 13. September hier mit realistischer Chance, dass wir das nochmal Richtung 14, nein, erstmal 15.400, 300, 200 auflösen. Also noch eher Platz auf der Abwärtsseite, wie mir deucht. So, also insofern nicht die beste Voraussetzung. Das ist bei den Amerikanern nicht großartig anders, was ja durchaus erwartungsgemäß verläuft. Wir sehen nochmal hier, das war noch vor dem Wochenende. Also insofern hat der Markt hier gezeigt deutlich, das ist kein Kaufmarkt aktuell, sondern es ist eher etwas, was nach unten geht. Und auch unter dem Eindruck, dass hier dieser eine Sprung sogar ein bisschen überwöhlt ist durch den Kontraktwechsel. Insgesamt die Aufwärtsbewegung, das macht alles irgendwie noch nicht so einen richtigen Eindruck. Ich habe den Eindruck, das geht nochmal runter. Ich wechsle mal auf den Index. Da seht ihr nämlich diesen Sprung nicht. Also es ist nicht ganz richtig, was ich eben gezeichnet habe beim Index, weil er ja gar nicht hier hoch ist, dieser Sprung, der war durch den Kontraktwechsel. Ihr erinnert euch, ich habe das letzte Woche gezeigt. So, also, into the nitrogity, was bedeutet das für die Abwärtsbewegung? Die letzte war stark, die nächste korrektive Aufwärtsbewegung. Und das merkt euch mal vor, das ist jetzt der Index. Ach komm, wechseln wir wieder auf den Future, dann haben wir das da, wo wir ihn haben wollen. Hier, das war mehr oder weniger Nachthandel. Also, dass es hier so ein bisschen in die Pause gegangen ist, kann man mit überbewerten oder auch nicht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, da hat keiner Interesse gehabt zu handeln. Da sind sie alle am Pennen. Die Asiaten sind nicht so stark unterwegs. Die Europäer sind sehr stark auch dort unterwegs. Es ist nicht so viel Einfluss aus Asien. Also insofern, wer jetzt sagt, aber da sind die doch wach, das stimmt. Die gucken da auch gerne drauf, sind dabei selber weniger aktiv. Sie sind da doch eher auf die heimischen Märkte fokussiert. Die Chinesen können, dürfen, sollen das teilweise nicht handeln. Die Japaner sind da etwas zurückhaltend. Und ich glaube, die Australier sind nicht groß genug, um hier irgendwie was massiv zu bewegen. Zumindest mal aktuell hier würde ich das eher rausrechnen. So, dementsprechend höchster Punkt, tiefster Punkt. Eine klassische Rücksetzer-Situation hätten wir, wenn wir ungefähr in dem Bereich 35.000, sagen wir mal, 35.030, um irgendwas Krummes auch mal zu sagen, 35.170. Wenn er da jetzt schön wackelig reingeht, dann hätten wir hier vorne den schönen Schub, die Pause und anschließend beste Voraussetzungen nochmal für nach unten. Wir erinnern uns, eigentlich hatten wir ja eh gesagt, nachdem das hier so blöd nach oben gelaufen ist, auf jeden Fall hier überschneidend, dass wir eher die Abwärtsseite nochmal fahren. Also da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, rechne durchaus damit, dass wir im großen Bild nochmal ein ordentliches Stück tiefer kommen. Ob es dann gleich so dramatisch ist, wie es jetzt hier gezeichnet hat, das werden wir sehen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es sogar irgendwie so in diese Richtung noch geht in den nächsten Wochen. Aber wollen wir es noch nicht vorwegnehmen. Kann man das dann handeln? Ja, noch nicht. Also so weit sind wir ja noch nicht. Aber wenn ihr jetzt hier im Intraday-Chart, das kann auch im 4-Stunden- oder Stunden-Chart, aber irgendwie was ähnliches dieser Art bekommt, in diese Kiste rein, dann habt ihr gute Voraussetzungen, dass der Kurs anschließend eben nochmal nach unten geht. Sprich, gute Short-Möglichkeiten, Standardprogramm unter dem Zwischentief, dann eben rein. Und wenn es dann doch nur eine dreiwellige Korrektur wird, dann wird es halt nur dreiwellig, dann ist es halt trotzdem das Zwischentief, was hier als Trigger entsprechend fungieren könnte. Und zumindest mal erste Bewegung, dritte Welle nochmal, darunter mit einer 1 zu 1 Projektion, vielleicht sogar das ganz große Bild, 31.000. Ich würde aber jetzt auch nicht pauschal so von wegen, Mensch, jetzt hat Rüdiger mehrmals 31.000 in den Raum gerufen. Da muss es ja passieren, da hört kein Mensch auf mich. Das ist also nicht, dass ich das vorhersagen kann, es ist aber anhand dessen, wie die Marktteilnehmer im Moment agieren, nicht untypisch. Und wir haben von vielerlei hin fundamentale Einschätzungen schon gehört, eigentlich müsste der Kurs nochmal nach unten gehen. Und allerdings, wenn viele darauf warten, muss es nicht passieren, aber aktuell verhalten sich die Marktteilnehmer, dass sie durchaus das nicht ganz von der Hand schieben wollen. Das ist beim S&P nicht groß anders, also wer hier die Situation sich anguckt, der ist herzlich gerne mal eingeladen. Ich mache das hier mal im 4-Stunden-Chart, höchster Punkt, tiefster Punkt, mache es auch mal groß, damit ihr es besser sehen könnt. Dann wäre der Rücksetzerbereich quasi, mach mal wie ich will hier. So, in diese Kiste ungefähr 4.515 bis ungefähr 4.538. Es kommt gar nicht auf einen Millimeter an, aber so in diese Ecke und das möglichst wackelig. Schub runter und hinten nochmal Schub runter mit realistischen Chancen. Wir haben es mehrmals schon angedeutet, eben das Ganze auch noch weiter fortzusetzen. Im Stile, im Prinzip diese Bewegung, die wir da vorne hatten, also das, was wir da hatten, da hinten nochmal, also so abwegig ist das alles nicht. Und die Vorbereitung, die der Markt dazu fällt, laden dazu ein, wartet aber auf die Bestätigung, dass aufwärts schwach ist. Wir hatten in der letzten Zeit häufig, dass die Antwort ebenfalls stark war. Was macht ihr, wenn das sowas ist? Erstmal nichts. Es sei denn, ihr seht hier im Kleinen, wenn ihr hier im Kleinen habt, eine scharfe Bewegung, eine wackelige, dann könnt ihr natürlich auch im Kleinen Schad das handeln. Es ist ja das Gleiche in Grün. Im Moment seht ihr, dass sie nur wackelig hoch sind, würde man vielleicht sogar noch sagen, vielleicht nochmal ein bisschen runter. Aber grundsätzlich, wenn ihr hier als zweite Welle, also die erste scharf runter, die zweite dann in diesen Lieblingszone, die ich jetzt mehrmals gezeichnet habe, und dann da runter. Und das wäre schon sehr typisch. Wartet aber auf eine Bestätigung, dass die Aufwärtsseite schwach ist, damit ihr nicht da unterliegt, wenn jetzt die Marktteilnehmer, warum auch immer doch das machen, dass ihr dann nicht auf der falschen Seite unterwegs seid. Wartet drauf, dass sie zeigen, nee, das ist schwach. Es ist groß genug, geht in die Kiste rein und es ist schwach. Und wartet, dass ihr diese Aufwärtsbewegung durch Schneiden des letzten Zwischentiefs. Warum? Ja, solange es steigende Tiefs sind, ist ein Aufwärtstrend. Und wenn das nicht mehr steigende Tiefs sind, scheint das Ganze zu drehen und dann haben wir eine ganz gute Indiz, kein Beweis, ein gutes Indiz dafür, dass der Kurs noch weiter dann nach unten unterwegs ist. Nasdaq zum Abschluss. Ja, was soll ich euch hier jetzt erzählen? Es ist exakt das Gleiche nochmal und deshalb erspare ich euch hier mein Geschwafel. Es ist nichts anderes, es ist nichts Neues. Es ist das Gleiche quasi nochmal hier dementsprechend. Auch hier die Erwartungshaltung sehr ähnlich, nämlich, dass der Kurs realistisch nochmal nach unten kann. So wie wir das die letzten Tage auch schon mehrmals besprochen haben. Und wenn ich mir hier diese Aufwärtsbewegung mit den Gegenbewegungen angucke, deutet da ja durchaus einiges drauf hin, dass die Marktteilnehmer auch wirklich den Druck nach oben noch nicht entdeckt haben. In diesem Sinne, manch einer ärgert sich, Mensch, warum keine bessere Nachricht? Auf der anderen Seite denkt immer dran, wir als aktivere Marktteilnehmer und auch ihr seid aktiver, sonst würdet ihr euch das nicht regelmäßig anhören. Wir als aktivere Marktteilnehmer sind doch in der Lage, auch die Short-Seite notfalls mal mitzunehmen, mal mitzuspielen. Und selbst wenn ihr eure Long-Position nicht schließen wollt, dann macht ihr halt eine Gegenposition zur Absicherung auf. Und wenn es nur in den Indizes ist, wenn das Signal es eben entsprechend hergibt, ich denke, da haben wir alle Möglichkeiten an der Hand. Euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.